Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei uns diese leckeren Nusskekse und wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran. Für die leckeren Kekse verwende ich ein halbes Glas Öl, ein halbes Glas Zucker, ein Glas Mehl und ein halbes Glas gemahlene Walnüsse oder Haselnüsse, welche ihr da habt. Dann nehme ich ein Ei, ein Teelöffel Backpulver und ein Päckchen Vanillezucker. Die Gläser sind 250 Milliliter groß als Maß und dann können wir auch schon gleich loslegen. Ich nehme als erstes das Ei und den Zucker und den Vanillezucker und verrühre das so ein bisschen. Jetzt kommt das Öl dazu. Wieder ein bisschen umrühlen. Jetzt packe ich auch den Schneebesen weg. Und dann kommen die gemahlenen Nüsse. Ich habe jetzt hier Haselnüsse und Mandeln gemischt. Ihr müsst mal gucken, ihr könnt beide benutzen, also geht beides. Nüsse, das Mehl. Ich habe jetzt hier ein Glas Mehl. Gegebenenfalls könnte ich noch ein, zwei Esslöffel mehr Mehl dazu tun. Ich muss mal gucken, wie der Teig sich entwickelt. Das ist ja immer von Mehl zu Mehl ein bisschen unterschiedlich. Und das Backpulver kommt noch dazu. Das verknete ich jetzt. Ich werde jetzt noch zwei Esslöffel mehr Mehl dazu tun. So, jetzt ist der Teig perfekt. Man kann ihn wunderbar in Form bringen. So, daraus forme ich jetzt die Kekse. So, ich habe jetzt ein Backpapier auf das Backblech getan. Und von dem Teig nehme ich mir jetzt immer so walnussgroße Bälle. Es ist ein bisschen fettiger, öliger Teig, wundert euch nicht. Das soll auch so sein. Ich nehme mir dann immer so eine walnussgroße Menge an Teig. Das rolle ich dann so ein bisschen und mache so ein bisschen eine längliche Form. Ich tue es auf Backblech. Ich zeige euch jetzt auch mal, wie ich da eine schicke Form reinbekomme. Sieht aus wie eine kleine Kartoffel. So, ich tue das aufs Backblech. Und dann nehme ich ein Glas. Und ich drücke das mit den Händen so ein bisschen platt. Und dann nehme ich ein Glas, das Glas von eben. Und drücke das immer so ein bisschen rein. Und so ergibt sich ein schickes Muster. Und so werde ich jetzt den ganzen Teig formen. Und so werde ich jetzt den ganzen Teig. Die Kekse sind jetzt fertig und können in den Backofen. Ich habe genau 20 Stück rausbekommen. Den Backofen hatte ich schon vorgeheizt auf 170 Grad Ober-Unterhitze. Und da werden die Kekse jetzt drin backen. Im Anschluss zeige ich euch die genaue Zeit. So, die Kekse waren jetzt genau 20 Minuten im Backofen. Ich lasse sie jetzt nochmal 2-3 Minuten auf dem Backblech so stehen. Und dann tue ich sie auf einen Kuchenrost, damit sie abglühen können. Zu den leckeren Keksen gibt es bei mir jetzt einen schönen Kaffee. Probiert die Kekse unbedingt mal aus. Die sind super schnell gemacht. Und sind total lecker. Und sehen auch noch toll aus. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.